Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Lego City Undercover zu 100% Heute lösen wir Spezialauftrag Nummer 10, Einbruch auf die Schnelle zu 100% Und da fehlt noch einiges. Die Sequenzen können wir wie immer überspringen Und dann befinden wir uns ja momentan noch quasi im Keller von Blackwells anwesend Und hier können wir theoretisch einiges machen Bevor ich eigentlich irgendwas mache, müssen wir noch hier die ganzen Sachen anmachen Gut, ein paar unwichtige sind natürlich auch dabei Das hier, seht ihr wenigstens mal, was alles nicht verfügbar ist in den Missionen Auch dieser rote Stein nicht, was auch immer das ist, werden wir dann noch rausfinden sicherlich Und ich werde in diesem Part dann, denke ich, noch einen weiteren Spezialauftrag machen Und auch dort wird es auf jeden Fall noch einen roten Stein geben, genauso wie hier Hier haben wir schon mal eins von drei zerstört Das ist natürlich wichtig Achso, nur so ein Schrank, Schreibtisch, wie auch immer Wir müssen noch, Moment, ich zeige es euch gleich Das ist auch schon eins von vier Wir müssen noch zwei Polizeimarkenteile finden, die werden wir jetzt hier unten also kriegen Den roten Stein, zwei Figuren und ein Fahrzeug Okay, das ist, denke ich, machbar Der Aufrag ist ja auch nicht so lang Von daher sollte es eigentlich Ganz gut hinhauen Ich weiß es bloß nicht, muss man immer diese Dinger zerstören hier, diese Rettungsringe Ja, anscheinend Gut, die Schränke aufmachen, das ist natürlich klar So, und hier haben wir schon mal die ersten Typen Können wir gleich mal weghauen Natürlich steht er wieder auf, was auch sonst Hatten wir damals schon den Typen hier, den hier? Ja, schon, oder? Ja, doch, müssen wir Aber, nee, in Spezialauftrag 10 hatten wir den eigentlich noch nicht Können wir noch gar nicht gehabt haben Na gut, ähm Schauen wir mal hier rein Hat so lang gedauert Was zur Hölle, wir haben doch hier dieses Instant-Tür-Aufmach-Ding Ja, hier müsste schon mal die erste, genau die erste Figur drin sein Und zwar Mode Luca, nice Haben wir den also auch endlich mal Wie immer geht hier diese, gehen hier diese Flammen nicht aus Dann gehen wir halt dran vorbei Eigentlich ist auch Wurst Wir können, glaube ich, auch so weiter, oder? Was kommt denn hier? Ne, jetzt hört das auf Naja gut, okay Aber wir hätten es auch Wir hätten es auch so hingekriegt Wofür haben wir denn hier den Den guten Ja, Feuerwehrauftragen müssen wir da schon gemacht haben Weil wir haben ja das Boot Gibt es hier unten irgendwas, was mich interessieren sollte Weil da jetzt eine Leiter ist Oder ist es nur, falls ich mal aus Versehen runterfalle Weil das weiß ich gerade gar nicht Ich glaube, ich bin hier noch nie gewesen Wo ich jetzt bin Hier ist schon mal das letzte Teil Da gibt es auf jeden Fall Die Polizeimarke, die dritte Stirb Okay, und da sehen wir noch ein Fahrzeug Okay, da brauchen wir also irgendeinen Irgendeinen Teleporter Okay, achso, hier ging es nach oben Das haben wir das letzte Mal auch nicht gemacht Obwohl man das schon hätte machen können Aber wir haben es nicht gemacht Weil Ich wollte mir das natürlich hierfür aufheben So, mach mal auf Achso, so kommt man da rein Obwohl doch, das müssen wir gemacht haben Wir sind bestimmt bloß nicht nach hier drüben gegangen Weil das wäre ja sonst Quatsch Ist hier nicht der rote Stein? Ja, doch Ja Ne, hier ist der Teleporter Huch Huch Ja, geh da drauf jetzt So Da ist das zweite Fahrzeug Ich glaube, oder Wie war es? Ein Fahrzeug hat man schon, oder? Ach, keine Ahnung Also Hier haben wir auf jeden Fall Buzzer freigeschaltet Dann machen wir hier das letzte Ding auf Dann hätten wir das also auch geschafft Hier geht es aber nicht weiter, ne? Gehen wir halt wieder raus Und Gehen da mal nach links weiter Aber der rote Stein war definitiv hier unten noch irgendwo Das weiß ich Ja, da ist er Sehr schön Da muss ich unten nochmal Äh, äh Die schauen, ob wir da nicht doch noch irgendwo was verpasst haben Ansonsten können wir schon weiter gehen Weil Jetzt fehlt nur noch Ein, ein Typ, oder? So Das wäre der rote Stein Es fehlt noch Ja, ein Typ Wer auch immer Keine Ahnung Huch Scheiße Hüpf mal da hoch Ja, das interessiert uns alles nicht Wir auch so da rüberkommen Hier ist nur irgendeine So eine komische Dingsbox Ne, ich glaube Hier unten Ist nichts mehr, was uns Was uns hilft Was ist denn da? Ach so ein Ventilrad Da kommt mal nur diese Brücke runter Oder was auch immer das war Okay, dann gehen wir jetzt hier rein Und gehen dann weiter nach oben In Blackwells anwesend Wir müssen das ja nicht unnötig in Länge ziehen Das Ganze hier haben wir alles schon mal gesehen Aber jetzt ist auch alles erkundigt Erkundet Auch gleichzeitig So, damit müsste die Tür aufgehen Jawohl Dann können wir den, äh Hier, was auch immer Nach oben benutzen Aufzug Na, ich glaube oben war was für X-Fury, ne? Das war Das, was wir da nicht holen konnten Okay, Chase Lass nichts zu wertvolles mitgehen Such nach was Glitzerndem, das Winnie gefällt Jetzt sind hier irgendwelche Helden Ein zurückgezogener Milliardär Wo wäre dann mein Safe? Ah, natürlich Ach so, da ist ja, da ist ja die Figur Ganz offensichtlich, aber wie man rankommt Ist noch nicht ganz so Oh, oh oh Da hätten wir Black Rail im Anzug Ja, das war's schon, ne? Nach sieben Minuten Speichern und nach Lego City zurückkehren Und dann schauen wir, was wir freigeschalten haben Der rote Stein wäre Stattmagnet Oh, das ist geil Oh, das ist geil Das wusste ich gar nicht, aber das ist geil Die zwei Polizeimarkenteile, die fehlenden Hätten wir das auch vollständig Außerdem Mode Luca Und Buzzer Und Black Rail im Anzug Dann noch den goldenen Stein Für die Polizeimarkenteile Unser 251. Jetzt können wir nach Lego City zurückkehren Ich mach kurz einen Cut Dann sehen wir uns im nächsten Spezialauftrag wieder Ja, ich hab mich dann gleich für den Spezialauftrag entschieden Der direkt daneben war Nämlich Spezialauftrag 14 Heimkehr mit Turbulenzen Da hatten wir noch so gut wie gar nichts erledigt Und Ja, das werden wir jetzt mal noch nachholen Also so wie eben eigentlich Bloß, dass der hier Ein klein wenig Also wirklich nur ein ganz klein wenig Aber ein klein wenig Umfangreicher ist Und auch ein bisschen tricky So Erstmal geht's los hier unten mit diesen Fackeln Das ist Nummer 1 von 6 Das wird sehr interessant Ansonsten ist hier glaube ich Nichts weiter Doch da dieser Stein Die musste man auch zerstören Genau 1 von 3 Ist der letzte auch erst ganz oben Haben wir also Zeit Gehen wir mal weiter nach hier hinten Hier noch irgendwas Nee Dieses ganze Zeug hier Das macht alles überhaupt ganz Sinn Noch seltsamer Dass ich auf die Rutsche da will Hier haben wir 2 von 6 Und dann hätten wir hier den nächsten Stein Und hier hinten können wir noch was gießen War das auch Aufgabe? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht Ja 1 von 3 Okay na gut dann Ja easy ne Haben wir schon mal alles aufgedeckt Was wir an den Marken noch brauchen Dann das eine Fahrzeug Was wir schon haben Das befindet sich hier hinten Also Befand sich da hinten Wir haben es ja schon eingesammelt Also nicht wundern Welches das war Also ist auch recht schwierig zu finden Man muss halt auf die Idee kommen Diesen sinnlosen Stuhl dazu zerstören Aber Ja Mein Gott Kann man drauf kommen So Jetzt haben wir den Schlüssel zwar schon Aber ich glaube wir haben noch nicht das Oder kann man das Schloss immer benutzen Ich weiß gerade gar nicht mehr wie das war Wow Ah ne Muss erst Muss erst sprengen Hoffentlich bedeuten die vielen Sicherheitsleute Dass Natalia in der Nähe ist Eine silberne Statue Und ein riesiges B Subtil und stilvoll Mr. Blackwell Kommt her Leute Macht mal was Könnt ihr euch schön verprügeln Ah steh ruhig wieder auf Kein Problem Kommt trotzdem auf die Fresse Okay Dann hier hinten noch gleich das zweite Ding zum Gießen Ist ja kein Problem für uns Zwei von drei Mein Gott Geh doch da runter Bist du dumm Was war hier nochmal drin Muss ich das machen War es das Dynamit Ah ja war es Okay Sehr schön Kommen wir wenigstens weiter Hier hinten war glaube ich noch ein Fahrzeug Dort Wir müssen noch kurz schauen ob hier noch irgendwo Weitere Fackeln sind an der Wand Nicht dass wir da noch eine verpassen hier unten Aber man kommt ja zum Glück immer Eigentlich nochmal hier runter Wenn man das möchte Das ist sehr praktisch So mach auf die Bude Holen wir uns gleich die Kiste Weil ich glaube hier drin war dann nichts weiter Wir haben es auch schon eingesammelt da hinten Kann sein ich weiß es gerade nicht mehr Aber es war ja eigentlich nichts weiter Nur noch eine Polizeimarke Und die hatten wir Oben erst im Blackwells Zimmer da bekommen Das weiß ich noch So bauen wir das Auto auf Und dann kommen wir ja jetzt weiter Ja die Millionen Bausteine die machen wir da zwar nicht in diesem Part voll aber ich denke im nächsten dann So jetzt ist wenigstens die ganze Elektrik da mal ausgeschalten Kommen gleich wieder böse Menschen So wartet aber ich mach mal kurz noch den roten Stein an den wir gerade freigeschalten haben Wo ist der denn Stumm Ah ne hier Ne doch nicht Doch hier Startmagnet an Da muss ich ja nicht mehr Nicht mal mehr in die Nähe laufen Also alles ja Ist ja herrlich Kann ich bestimmt auch von dem Ende da alles einsammeln Voll Das ist absolut gechillt Ja damit kann man richtig gut arbeiten Ob man auf die Idee kommen soll Und das hier zu machen So Äh hier hinziehen War da was sinnvoll Oh ja ein Lila ist das Den Nehmen wir natürlich mit Ohne dahinter zu gehen Da oben hab ich Fackeln gesehen War hier noch War hier noch irgendwo einer Bin mir grad nicht sicher Ich mach auf jeden Fall auch mal alles kaputt Ist immer ne gute Sache Baustein sagt man ja eh nie nein Da ist noch ne Fackel Sehr schön Aber das muss ich noch die Typen zerstören Stirb Auch Und du kriegst auch die Schnauze So Ist ok Ah falscher Typ Drei von sechs Ich hab ja noch irgendwas zum Besuchen Genau Aber was bekam man da Ich glaube nur den Farbwechsel Das ist irrelevant Weil wir Kommen da ja auch so hin Muss man Ne Dann bekam man ein Ventilrad Man musste ja erst hier den Pool Ah Ja Weglassen Hier Das Wasser Gott Ah wir können jetzt schon hoch Wir können auch da unten aus der Sandburg Dann gleich Den Typ holen Der da ist Aber erstmal Hören wir uns hier noch Die zweite Polizeimarke Können wir fast noch einen dritten Spezialauftrag machen In diesem Part Aber das heißt fast Wir werden denke ich auch noch einen dritten machen Achso Man kommt da noch von oben hin Beziehungsweise Ja Man kommt da noch von oben hin Hier waren bestimmt noch irgendwo Fackeln Richtig Oder zumindest eine Ja dort Ciao Und Ciao Aber halt hat er den weggauen Hier ist der rote Stein Glaube ich Ne was waren hier Was waren hier Ich weiß es gerade gar nicht Na aber irgendwo hier war er doch Ja doch war er hier Okay Gut Ähm Ja hier Wir wollen ja nach oben Ist das schon gleich die höchste Pflanze? Ja Ja will ich auch gar nicht Wow Da ist der Ne was ist da drin Wir haben einen roten Stein gerade schon gekriegt Was ist da drin? Ein Typ Blackwell Leger Okay Mein Freund Mach mal hier noch die beiden Fackeln aus Hallo Ich muss hier noch einen Kilometer wegstellen Dass das überhaupt funktioniert Oder man macht es hier von der Seite Das könnte natürlich auch funktionieren Zumindest wenn man Ah nein Chase Mach doch was ich sage Hier Ja Fünf von sechs Ihr könnt mich mal Ist mir völlig Wurst Junge hakt es aus Stirb Voll auf die Treppe geschmissen Ach die kommt sogar auch hier hoch Ja komm halt her So hier ist noch die letzte Polizeimarke Ja moin Das war ein Tritt So jetzt fehlt noch Ein Typ Ah ne der wird wahrscheinlich drin sein ne Wie ich das Spiel kenne Kurz was ausprobieren Achso ok Geht noch nicht Dann lasst uns mal nach drinnen gehen Draußen dürften wir theoretisch alles haben Wenn mich nicht alles täuscht Gibt es hier doch irgendwas wo was sein könnte Eigentlich nicht oder Also werde ich es wahrscheinlich verpasst haben Ja habe ich auch Ich hält Ach Gott ich bin so dämlich Ich schneide euch das kurz rein Obwohl erst muss ich nach Lego City zurück Logischerweise Oder Stein freigeschaltet Steinmagnet Ach das auch noch Mensch Ich habe ja zwei gute für heute ausgesucht Polizeimarkenteile haben wir alle Dann haben wir freigeschalten Dullahan Und Blackrel Liger Goldene Steine 252 Und jetzt zeige ich euch logischerweise noch wo die letzte Figur ist Weil die haben wir halt schon gesehen Und ich dämlicher Vollidiot hab die einfach nicht geholt So jetzt sind wir da wo ich hinwollte Denn ich habe es ja vorhin gesagt Da unten dieser scheiß Burg ist ein Typ drin Ich war nur zu dämlich da hinzugehen So jetzt kommen wir hier runter Und haben freigeschalten Wache Decker Okay Ab nach Lego City Dings freigeschaltet Hier Wache Decker und so Jetzt überlege ich mir noch den dritten Spezialauftrag Oder? Wir haben mal einen kürzeren Part Ich glaube Es gibt auch gar nicht mehr so viel Die wir noch machen können Wir können es mal kurz einen Überblick verschaffen Was noch so abgeht Was wir noch so machen können demnächst Jetzt schauen wir gleich nochmal Wie viel Prozent wir vom Spiel haben Denn das ist meist sehr interessant Ich werde jetzt schon die 50 Prozent haben Ich weiß nicht Wir hatten glaube ich 46,9 oder so Und diese Spezialaufträge Die machen mehr aus als ein ganzer Stadtteil Habe ich so das Gefühl manchmal Ist echt seltsam Ne 47,7 Okay Also doch nicht so Nicht so übertrieben so Aber sieht schon ganz gut aus Da ist noch 10 rote Steine Noch Na ja Bisschen über 100 Verkleidungen Ein paar Fahrzeuge Aber irgendwie kommt es uns so vor Als hätten wir schon weit über die Hälfte Wir haben ja schon mehr als die Hälfte Goldene Steine Mehr als die Hälfte Figuren Mehr als die Hälfte rote Steine Mehr als die Hälfte Ja doch Bisschen mehr als die Hälfte Autos Irgendwie seltsam Dass wir erst 47 Prozent haben Ich meine gut Wir müssen noch die goldenen Steine In der Polizeistation kaufen Zum Beispiel Aber ich kann mir nicht vorstellen Dass wir noch unter 50 Prozent haben Das geht irgendwie nicht Aber egal MMM Ja hier wollte ich schauen Die beiden haben wir jetzt geschafft Hier die beiden Spezialaufträge Den hier haben wir auch schon gemacht Den müssen wir nochmal machen Da fehlt noch ein Polizeimarkenteil Eine Figur Ein Auto Da müssen wir noch hier Die beiden machen Das sind drei Den haben wir schon gemacht Den müssen wir noch machen Genau Feuerwehr Vier Chance Schrottplatz Sind fünf Und das war es eigentlich glaube ich Museum haben wir gemacht Die drei haben wir gemacht Kung-Fuchteleid Den Schwachsinn Und das hier auch Jawohl Den haben wir gemacht Und den haben wir gemacht Also noch fünf Spezialaufträge quasi Aber wir haben noch viel viel mehr Stadtsteile übrig Als nächstes kommt vermutlich Der Bluebell Nationalpark Da habe ich schon Bock drauf All die hier Die haben wir alle gemacht Die Viere Dann kommt wahrscheinlich Das Nobelviertel Und dann gehe ich hier So die Runde rum Zwischendurch noch die Apollo-Insel Ja doch Also wenn ich es jetzt So durchrechne Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Neun, zehn Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn Also auf jeden Fall unter 20 Aber wir sind ja auch schon Schon gut dabei Sagen wir mal so Haben wir schon Recht viele Parts jetzt Weiß gar nicht welcher das ist Müsste ich mal wieder durchzählen Ich bin so viel im Voraus produziert Ich habe heute Part 27 oder so hochgeladen Ja Ähm Gut Dann würde ich erstmal sagen Danke fürs Zuschauen Ich hoffe ich konnte euch wie immer weiterhelfen Und wir sehen uns dann Im nächsten Part wieder Wenn es weiter geht Mit wahrscheinlich dem Bluebell Nationalpark Also bis dahin Und Ciao